was hast du das gerade gemacht? 2 Gold und 2 Eisen bekommen also du wirst da Sand rein oder so? na das kannst du nur mit Schlamm mit diesem Schlickblock machen das einzige mit dem du das machen kannst Schlickblock Schlickblock Alter wie OP ist die? ja egal, du musst halt mehrmals draufklicken so viel Schlick wie du hast einfach linksklick drauf machen ja das schaut geiler aus fuck jetzt hab ich kein Helm mehr egal doch, ich hab einen Sinnhelm schulhelm geber, meiner hier warte, oh danke wie viel Schaden macht denn das Gras Schwert? also es macht mehr als wesentlich mehr als die Eisklinge, die Eisklinge macht 13 das macht 28 ja ist klar und was hast du dafür verwendet? äh maß ich an Jungle Spores und Stingers also das wollen wir noch hatten wo hast du denn die ganzen Jungle Spores her? hier hab ich alle gefarmt im Jungle, was denkst du was ich gerade gemacht habe? das siehst du alles in der Aufnahme ja ok aber wenn wir schon dabei sind können wir jetzt mal eine Dämonen Spitzhacke machen was macht denn das Todeskraut eigentlich? ich kann ne ich kann nur einen Hammer machen, schade ja egal das ist Todeskraut was für Todeskraut ich hab Todeskraut das kann ich nicht essen was ist denn dieses ganze Zeug? ich hab eine Tagesblume ich hab einen Heiltrank verdammte Kacke einen ist das ein Scherz aber ich hab noch ein paar Rubine wo setzt man in unsere Rubine rein wo war das? ähm 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 oh Gott ich bin grad so überfordert mit einem einordnen ne so krass wir haben Lehmblöcke boah wir haben schon 999 Spinnenweben ach du scheiße ich hör die Münzen hier nicht hier nicht hier nicht hier nicht hier auch nichts hier die Kronleuchter ah Kronleuchter wir könnten machen yeah äh Hausbau etwas weitermachen ne ja aber jetzt gehen wir erstmal den ETH OF WORLDs kloppen los geht's muss ich mit? äh ich würde mal sagen wir machen jetzt eine Aufnahmepause oder? warte mal wir gehen jetzt erst in ETH OF WORLDs kloppen danach machen wir eine Aufnahmepause wow wow das ist was ich eine Aufnahmepause mache und wir beide eine Aufnahmepause machen kommst du? nein äh äh naja du bist auf dem Weg ich will Schneebium alter bam 23 critical go go lp movie go go lp movie du kannst mir ja auch so ein komisches Gras Schwert machen ja wenn wir wieder in den Dschungel gehen und dann so ein bisschen was farben dann können wir dann noch eins machen das Schwert gibt es nachher auch noch einen großen in der Feuer Version also eine Feuer Schwert wie viele Gras haben braucht man für so ein Gras Schwert? oh ich glaube 30 Jungle Spores oder 20 und 20 Stingers oder 15 oder so keine Ahnung die Stingers bekommt man von den Hornässen wohlgemerkt ah aber die Stingers habe ich gefarmt ha ja halb halb gehen wir ins Leben ich und du eigentlich aber die jungles bossen alles ich bim 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 fuck wir haben Sprengstoff jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaaaaaaaaah und nochmal laufen wir haben Sprengstoff vergessen schon wieder oder dummer slime nein du dummes holzteil ist das dein ernst ist das dein ernst nein dass du nicht du tust fiffi in den mülleimer machen nein ich will fischi fischi beführen nein sonst kommt es nur jetzt werden wir nur zu geflammt das wird cheaten lass den scheiß da hab ich Bock drauf darf ich fischi beschwören nein ich warte nur bis mein Vater leise ist damit ich anfangen kann und boah du bist so ein Türmpel, zäh doch mal auf man ich will heute irgendwann mal aufnehmen wenn ich gleich nicht mehr reden darf wenn irgendwer pennen geht bei mir dann bist du dran schuld ok jetzt mach den scheiß fiffi weg mach pvp an los ich kann auch einfach in die konsole gehen und nicht kicken dann ist der auch weg dann mach pvp an schau hin der mach jetzt pvp ach ne mach jetzt pvp wo kannst du pvp weg alter aber ich will pfiffi behalten jetzt mach pfiffi weg wir kriegen später noch viel geilere pets wir kriegen später zum beispiel wir kriegen später zum beispiel noch einen velociraptor der kann fliegen oder einen skeletron in baby version also so einen totenschädel da 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 ich kloppe dich mit meiner Axt wie stark ist deine Rüstung? what the fuck? aua du hast eine große starke Rüstung du hast mir einen mega Schaden gemacht ich hab drei Schaden mit meinem Boomerang bei dir gemacht wie viel Rüstung hast du? weißt du woran das liegt? weil auch ein paar von meinen Accessoires enchanted sind auf Verteidigung also ich hab insgesamt 15 Abwehr und jetzt mach das einen Mülleimer mach pfiffi in den Mülleimer pfiffi ist schon ein Mülleimer leg noch ein item oben drauf hab ich damit ich auch weiß dass es weg ist ok also bist du bereit? joo ok 3 2 1 go willkommen zurück zu Terraria yay und LP Movies auch wieder dabei nein nein äh ja natürlich und pfiffi nicht was? und pfiffi nicht aber aber pfiffi war doch so übrigens wurde Lukas sein ich will einen Widerzeraptor komm geh mir einen Widerzeraptor holen nein übrigens wurde Lukas sein äh Charakter irgendwie gelöscht durch irgendeinen Bug oder so und dann mussten wir die Items wiederholen durch den Programm ja Leute wir haben nichts dazu gecheatet wir haben nur seine Sachen wieder geholt und sogar manche nicht also nur das Wichtige nur das Wichtige und ich habe ihm außerdem einen Fisch gegeben damit konnte er einen Pinguin beschwören also ein Haustier den haben wir pfiffi getauft deswegen labern wir hier auch über pfiffi und den hat er beim Mülleimer geschmissen da wir ihn nicht cheaten tun und ähm was wir hier heute so vorhaben ist noch den Eater of Worlds kloppen dem geht mal richtig auf die Fresse mit meinem epischen Schwert und du ob du es eigentlich mal mit deiner Orb geschissen kriegst die ich vergessen habe dir wieder zu geben ähm aber die Kugel kriegen wir wahrscheinlich eh wieder und ich muss noch die Erzum wandeln wir müssen das Haus weiter bauen und übrigens zu den Infos noch Leute wir haben jetzt rausgefunden was dieses Riesenteil im Dschungel ist und zwar ist das ein Dungeon der ähm um genau zu sein braucht man dann Schlüssel für der aber ein bestimmter Boss hat damit man da reinkommt äh den wir aber noch nicht spoilern werden und wo wir selber noch nicht viel drüber wissen Wartet mal wer ahja ihr könnt's ja noch nicht wissen haha ok geh mal zum Welten hast du genug ähm Explosives Material? tt 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 ich wollt erstmal die Dinge ins Umwandeln die ganzen Erze und so weil wir haben fast wieder über 99 Eisen ganzen Stack dies und das und das und dies ich mein und wo ist denn meine 300 Holz die ich hatte? ja meine ich ja was für 300 Holz du hattest nie im Leben 300 Holz hier schon wieder lügt Leute das ist unglaublich und ich habe ja noch 5 Mana Sterne also ich habe wieder Mana Crystal ich hatte mal Munition für mein Ding für deine Muskete ich hab da glaube ich noch ein bisschen was ich hab glaube ich noch ein bisschen was muss ich nachher auch mal gucken Bumerang war auch am Gutex Enchanted Level jetzt hat er nur noch 13 Angriffe egal wir werden eh ihr also ich wäre dafür wenn wir uns mal so ein bisschen besseres Werkzeug machen obwohl die eigentlich nicht wenn wir den Eat of Worlds gemacht haben da haben wir eh genug Shadowscale und dann machen wir uns so oder so richtig dickes ähm Demo Knight Werkzeug also von dem her würde ich mal sagen das lohnt sich nicht viel wenn wir das jetzt machen ganz viele Tinbarren noch wir haben eigentlich mein Maus geklicken war so ne Frage ja momentan ganz ein bisschen ich würde mal sagen was soll ich machen derweil äh ich bin jetzt schon so gut wie fertig also wir können jetzt losgehen das ist eigentlich unnötig weil ich schon fertig bin und wir haben unser Lagerfeuer umgestellt wollte ich auch noch so sagen wir hatten mal ein Lagerfeuer heilige Scheiße und wir haben einen Platinum Barrein Es ist dir aufgefallen dass das der EPC äh Brett heisst ja Brett Pit er heißt Brett Brett wir schauen was mich alles mitnehmen können ddrrrn gibt es aber nur richtig am Arsch richtig Bienen im Kopf das glaubst du gar nicht weißt du was ich würde mal sagen wir gehen auf Erkundung so das haben wir noch nie gemacht die Gäste können wir dann machen aber erst machen aber erst machen wir den Eater of Walls also den Weltmusswasser ich hab meine Ding da nicht mehr meinen das hast du ja davor gesagt deine was mit welcher Waffe soll ich den besiegen mit meinem Boomerang kannst du sogar machen wenn du dich oder warte mal ich hab ne bessere Idee hier schenk ich dir so lange ich hab ne bessere Idee nimm den Dreizack mit gib mir schwer wieder nimm den Dreizack weil der macht auch so schön Damage und mein Schwert so oder so das ist eigentlich ne extrem gute Idee Sprengzeug hab ich genug mitgenommen und meinen epischen Regenschirm hab ich natürlich auch wieder dabei die Hälfte geküttet ah hier hab ich dich davor geohnt mit meinem OP Charakter äh ja aber Lukas hat auch so ein bisschen ich auch so ein bisschen geguckt was so Neues gibt denn so und Leute es ist ne gibt noch richtig viel also wir werden schon glaube ich noch sogar ich schätze jetzt mal grob ich schätze ich schätze jetzt mal grob dass wir noch zwei äh aber der Meister macht grad mal 10 Schaden das ist nichts der ist Enchanted ist dir schon klar ne meiner macht grad mal 8 also sag mal gar nichts das ist besser als Nex und der macht mehrmals Schaden wenn er trifft hast du ja vorhin auch an dir gesehen meine Grasklinge die ich mir letztes Mal aus Versehen gemacht hab die ich mir eigentlich gar nicht machen wollte ich hab mich verkickt die wollte ich eigentlich gar nicht machen tut mir leid du ne ja wirst du wirst du später sehen in meiner Aufnahme dass ich wirklich dass du mir aus Versehen gemacht hast das war wirklich keine Absicht auf nach rechts auf nach rechts bin mal gespannt ob du wieder stirbst weil du irgendwie irgendwo runterfällst was wird wieder passieren wird weil ich kenn dich und dann bekommst du wieder ein Rage-Crit da kann ich nix für ne laggt der jetzt überhaupt bei dir minimal was minimal ich hab grad gar nix verstanden irgendwie minimal ach so okay grad hast du gelaggt bei mir was grad hast du gelaggt ah ja aber ich hab das minimal besser verstanden lol du hast grad 30 Fallschaden genommen ich glaub das war nicht so geplant wir sollten uns halt beeilen bevor es Nacht wird weil sonst wird's böse für uns dann wird's noch schwerer für uns in der Corruption ich hab grad nix gecheckt pfui Schleim ey ich hatte mal 30 Fackeln das hab ich dir gesagt oh die hab ich auch vergessen dir zu geben egal ey ich hab schon relativ mehr Sachen ich hab schon relativ mehr Sachen wenn ich mal so oh 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 hast du irgendwie nimm mal irgendwie ne ne Lampe in die Hand oder so ich nehm mal kurz ne Fackel in die Hand warte mal ich bin schon längst unten was machst du da oben komm her ich brauch Licht ah der Dreizack ist schein uuuuuh ja von Anfang also unsere Ausleuchtungskünste hier die sind echt richtig overpowered muss ich mal so sagen jup ich seh hier nix oh was ist das kann ich das abbauen kann ich das abbauen das ist Dämonite Order da haben wir noch keine gut genuge Spitzhacke dafür vor allem das Wort gut genuge war schon nicht gut genug am Arsch ich renne da hin was das was das BAM ich fühl mich richtig getrollt so geht das Kinder Kinas so geht dat Kinas das ist so ein komischer wir wissen da sind die ganzen Sachen da überall pass auf ich werfe jetzt mal hier so ein bisschen Dynamit hier rein ne oh 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 das sollte funktionieren ein Pumerang wie in die Puma wie in die Pumerang ah nein oh alter das Viech hat mich grad genau in mein Dynamit reingeworfen man hinter dir ne in mein Dönerfleisch Junge ins Dynamit rein ey das glaubste aber BAM so ich mach das erste kaputt äh ich brauch vielleicht nen Hammer ich hab nen Hammer ich hab nen Hammer ich hab nen Hammer uh guck mal ich hab was für dich ich hab was für dich was denn ja aber es macht minimal weniger Schaden weil es schlecht enchantet ist was denn uh ist cool oh geil 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 guck mal was ich gefunden hab ja man guck dir das an du brauchst keine Fackel haha was ist das das ist ne Lichtkugel die macht einfach nur Licht und die bleibt für immer da krieg ich die warte mal wie lang bleibt denn die da nee nee die bleibt für immer da glaub ich du hast deine Kugel oh guck mal hier ist ein Corrupted Goldfisch siehst du den da ein Verderbnis Goldfisch äh das ist Tschernobyl Goldfisch Tschernobyl Goldfisch jawoll ey das das ich werd'n Hammer weil die geilen Items bekommen wir ja trotzdem obwohl wir sterben von dem her ne ach danke aha Hilfe Aua uah uah okay bist du bereit der ETH of Walls kommt jetzt halt dich bereit ich hab fast kein Leben mehr okay willst du mich verarschen? nein du bist noch fast fuller ich fall nicht rum ich weiß du sollst halt aufpassen wegen den Gegnern ich werd'n bisschen mit deinem Boomerang rum äumeln und los geht's und ich hab'n Ekeldorn was doch immer das sein soll aber auch wenn man auch wenn man immer wieder einfach mal ein paar davon wo man sich macht ich sehe einen scheißdreck kannst du mir mehr koma komo sollten vielleicht mal ausleuchten ist der flächsitig gewesen ausweich um ich krieg es ein bisschen auf die schnauze also ein kleines bisschen Nur passt ja, ne? Also draufhauen. Passt schon, mein Orb, der leuchtet viel aus. Und die kleinen Viecher da, die Einzelteile, die droppen dann auch später noch massig an Herzen und so. Also bei mir läuft's grad so ein bisschen mit dem Leben. Bei mir läuft, bei mir läuft richtig, ey. Ja, das könnte extrem gut ausgehen, so wie's grad aussieht. Achtung! Kommt, da ist er! Jawoll! Down, 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 down. Nice. Der hat eigentlich nur Dämonite Orr gedroppt und Shadowscale, das war's. Guck mal hier, ob hier noch irgendwo Einzelteile von dem... Ich hasse dich. Mit deiner Orb-Kugel. Die ist voll geil. Die ist richtig geil. Also für mich kann man den gleich nochmal kloppen. Wenn du nix dagegen bist. Äh, also der... Was hast denn du alles? Mal so ne Frage. Wie, was ich alles hab? Was du alles gedroppt bekommen hast? Hast du irgendwie Dämonite Orr, Shadowscale, irgendwas in der Art? Guck mal an dein Minitab. Ich hab, ähm... Schattenschuppe. 20 Dämonite Erz. Hm, merkste was? 290 Ebensteinblock. Ja, guck mal dann, ich hab was für dich. Ich hab ne viel bessere Waffe als die Kugel für den E2 of Worlds für dich. Guck, oh, rote Gruppe fällt mir grad mal so ein. Oh. Guck dir das mal an. Eine neue Kugel. Guck mal. Guck mal, warte, ich demonstriere eine Monster. Was ist das? Das hab ich von der Kugel gedroppt bekommen. Das schenke ich dir. Verbraucht aber Mana, gell? Wollte ich dir nur so sagen. Ne, dass du Bescheid wirst. Ich bin mir bei dem Namen. Jetzt weißt du, warum ich... Oh, ne goldene Kiste. Wem gehört die? Meine. Nein, 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 nein.